Musik Die Idee war relativ schnell gefunden. Wir wollten den Pioniergeist, den Hugo Junkers hat, hier in dieses Haus bringen. Musik Wir haben wirklich über Monate und Jahre jetzt an diesem Konzept gearbeitet, an dieser Location. Musik Es ist alles möglich von der Privatveranstaltung, also von Omas Geburtstag, genauso zur Konfirmation, zur Hochzeit. Aber genauso natürlich für Firmen und Geschäftskunden. Musik Es wird den Hugus Pioniergeist geben, der extra für uns gebrannt wurde. Es gibt aber auch genauso den Wellblechkuchen, der passend ist zur Ju 52, unserer alten Tante Ju. Musik Ich glaube, wenn man Spaß hat, dann zählen die Stunden nicht mehr, sondern nur das Ergebnis. Und da sind wir sehr stolz drauf, was wir hier präsentieren können. Musik 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 Musik